Ich bin die Nadja, ich mache meine Ausbildung zur Anlagenmechanikerin für Sanitär, Heizung und Klima bei der Firma Wershofen in Heimersheim. Ich bin mittlerweile im zweiten Lehrjahr und die Ausbildung geht insgesamt dreieinhalb Jahre lang. Ich arbeite im Sanitär- und Heizungsbereich. Im Sanitärbereich wären das dann Komplettbäderbau oder Erneuerung von Armaturen oder Toiletten. Im Heizungsbereich wären das dann die Heizungserneuerungen sowie auch Heizkörpererneuerungen. Und dann gibt es noch den Kundendienst, wo man dann die Wartungen der Heizung macht oder Kleinigkeiten erneuert. Die Firma Wershofen hat selber bei mir zu Hause gearbeitet und als ich die Arbeiten gesehen habe, fand ich sie sehr interessant und habe mich entschieden, Praktika zu machen. Und nach meinen zwei Praktika war mir klar, dass es der Beruf ist, den ich machen will. Meiner Meinung nach sollte man Spaß mitbringen, technisches Verständnis haben, systematisches und planvolles Arbeiten und Umsicht und Geduld. Die Ausbildung macht mir sehr viel Spaß, weil die Arbeitskollegen sehr nett sind, man sich gut mit ihnen unterhalten kann und auch gut mit ihnen arbeiten kann. Davon abgesehen will ich halt auch zeigen, dass auch Frauen im Handwerk was machen können. Am Ende des Tages weiß ich, was ich mit meinen Händen gemacht habe. Am Ende des Tages weiß ich, was ich mit meinen Händen gemacht habe.